Hallo und willkommen im Rebexpert Training Center. Heute geht es um den Nebenaggregatetrieb und Steuertrieb dieses 2 Liter Common Rail Motors von VW. Viele kennen ihn auch unter der Bezeichnung EA288. Beim Tausch der Riemen gibt es einige Besonderheiten. Welche das sind, das zeige ich euch nach dem Intro. Beginnen wir mit dem Nebenaggregatetrieb. Hier gibt es zwei unterschiedliche Spannelemente. Das eine wird über einen Anguss am Gehäuse entspannt. Das andere über die Schraube der Spannrolle. Beide Varianten können uneingeschränkt verwendet werden. Das war es soweit zum Nebenaggregatetrieb. Jetzt kommen wir zum Steuertrieb. Dazu muss ich ein paar Teile abbauen und dann geht es weiter. So, der Steuertrieb ist jetzt freigelegt. Schauen wir uns den mal an. Hier sieht man die Kurbelwelle, eine Umlenk- oder Beruhigungsrolle, die Spannrolle, Antrieb der Nockenwelle. Hier haben wir noch eine Umlenk- oder Beruhigungsrolle. Hier ist die Hochdruckpumpe und hier ist die bedarfsgesteuerte Kühlmittelpumpe. Diese erkennt man an dem Stellglied. Die Fördermenge der Kühlmittelpumpe wird über die Flügelradblende geregelt. Diese wird hydraulisch betätigt und über das Stellglied angesteuert. Das Kühlsystem soll dann nach Herstellervorgaben entlüftet und befüllt werden. Was immer wieder gern gemacht wird, dass der Motor gestartet wird ohne Kühlmittel. Das solltet ihr bitte unterlassen, denn sonst schädigt ihr die Kühlmittelpumpe. Das war es soweit zur Pumpe und zum Kühlsystem. Jetzt sehen wir uns mal den Wechsel des Zahnriemens an. Das Wechselintervall des Zahnriemens beträgt bei diesem Motor 210.000 km. Das ist schon eine beachtliche Leistung im Vergleich zu früheren Motoren. Dass der Zahnriemen bzw. die Spannrolle diese Laufleistung erreicht, dazu muss exakt nach Reparaturleitfaden gearbeitet werden. Der Motor muss hierzu in OT-Stellung an drei Stellen arretiert werden. Hierzu sind immer die geeigneten Spezialwerkzeuge zu verwenden. Die Nockenwelle und die Hochdruckpumpe. Beim Zahnriemenswechsel müssen die Schrauben der Nockenwelle bzw. die Mutter der Hochdruckpumpe gelöst werden. Beim Lösen und Befestigen dieser Schrauben bzw. Muttern darf das Drehmoment niemals über die Arretierwerkzeuge abgeleitet werden. Beim Lösen und Befestigen sind immer geeignete Gegenhalter zu verwenden. Hier am Beispiel der Hochdruckpumpe. Warum das Lösen des Nockenwellenrades und des Hochdruckpumpenrades so wichtig ist, das zeige ich euch jetzt mal nach dem Zahnriemenwechsel beim Spannen des Zahnriemens. So, ich habe jetzt den Zahnriemen und die Rollen erneuert. Jetzt muss der Zahnriemen gespannt werden. Während des Spannvorgangs werdet ihr an der Bewegung des Nockenwellenrades und des Hochdruckpumpenrades erkennen, wie sich die Spannung gleichmäßig im Steuertrieb aufbaut. Wird das Nockenwellenrad bzw. das Hochdruckpumpenrad nicht gelöst und nur arretiert, wird der Zahnriemen nur im Bereich zwischen der Kurbelwelle und der Nockenwelle gespannt. Der restliche Bereich des Zahnriemens wird nicht korrekt gespannt. Wenn die Schrauben des Nockenwellenrades und die Mutter des Hochdruckpumpenrades beim Spannen des Zahnriemens nicht gelöst waren, kommt es beim Motorlauf zu unzulässig hohen Schwingungen im Steuertrieb. Diese Schwingungen werden auf die Spannrolle übertragen, wodurch deren Reibelement überlastet wird. Es muss ständig arbeiten. Dabei überhitzt die Spannrolle und kann ausfallen. Dies führt im Extremfall zum Motorschaden. So verhält sich der Zeiger der Spannrolle bei einem korrekt gespannten Zahnriemen. Wie ihr gerade gesehen habt, gibt es bei diesem Motor einiges zu beachten. Deshalb haltet euch immer an den Reparaturleitfaden. Diesen findet ihr kostenlos auf unserem RepExpert Portal. Das war es aus dem RepExpert Training Sender. Tschüss und bis zum nächsten Mal.